Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr Interesse, auch in diesem Jahr wieder an dieser Pressekonferenz. Der Suchtdienst des Deutschen Roten Kreuzes ist eine ganz wichtige Anlaufstelle für all jene Menschen, die wegen Krieg, Flucht, Vertreibung oder auch anderen humanitären Notsituationen den Kontakt zu ihren Angehörigen verloren haben und wieder zusammengeführt werden möchten. Wir führen diese Aufgabe im Auftrag des Bundesinnenministeriums, also der Bundesregierung durch und auch mit der Finanzierung des Bundesinnenministeriums. Und es ist eine gute Tradition, dass wir jährlich immer um den Tag, den internationalen Tag der Vermissten rum, der am 30. August ist, auch über diese Arbeit unseres Suchdienstes informieren und berichten. Im Mittelpunkt dieses heutigen Gesprächs steht einmal der seit zehn Jahren andauernde Syrien-Konflikt und zum Zweiten natürlich auch die aktuelle Situation in Afghanistan. Wir möchten die Aufmerksamkeit dabei lenken auf diejenigen Familien, die durch diese Konflikte auseinandergerissen wurden und werden und eine Zusammenführung wünschen. Wie Sie wissen, hat Deutschland seit Ausbruch des Syrien-Konflikts viele syrische Flüchtlinge aufgenommen. Darunter auch viele Familien, die in den vergangenen Jahren und auch aktuell den Suchdienst und die Leistungen des Suchdienstes erbitten und auch in Anspruch nehmen. Auch ich freue mich, wie Herr Dr. Schütz es schon angesprochen hat, dass wir heute zwei Familien unter uns haben, die davon besonders betroffen waren und die sich auch bereit erklärt haben, ihr Schicksal uns zu berichten, wenn sie daran Interesse haben. Die näheren Unterlagen über die beiden Familien, die ganz unterschiedlich derzeit sich, also wo die Schicksale sich ganz unterschiedlich sich derzeit darstellen, dass diese Familien auch da sind. Die Unterlagen finden Sie dann auch in Ihren Pressewappen. Die Situation in Afghanistan beunruhigt uns alle. Wir haben von Seiten des Deutschen Roten Kreuzes derzeit keine eigenen Mitarbeiter dort, aber wir unterstützen das internationale Komitee der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. Aus der Organisation ist heute auch Herr Schüpp bei uns. Und wir unterstützen auch unsere Schwestergesellschaft in Afghanistan, den afghanischen Roten Halbmond. Und das ist auch notwendig, denn neben dem politischen Konflikt haben die Menschen in Afghanistan auch eine extreme Hungersnot. Seit langer Zeit schon sind sie von einer extremen Dürresituation heimgesucht. Etwa die Hälfte der Bevölkerung in Afghanistan ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Dass neben den Kampfhandlungen, neben der politischen Unruhe, neben den Verletzungen, die aufgrund der Kampfhandlungen in weiten Teilen auch vorhanden sind, eben auch diese humanitäre Leistung erbracht werden muss, das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Was die Familienzusammenführung betrifft, erwarten wir im Suchdienst einen deutlichen Anstieg der Anfragen aus Afghanistan. Wir spüren das jetzt schon. Hunderte von Anrufen und Anfragen gehen bei den Suchdienststellen in ganz Deutschland jetzt schon mit ein. Dazu kann aber sicher Frau Chivoki, die Leiterin unserer Suchdienststelle, noch einiges zusätzlich sagen. Auf eines will ich noch hinweisen. Die Anfragen und Anträge auf Familienzusammenführung von Afghanen können derzeit nur in Pakistan oder in Indien, das heißt in den deutschen Botschaften Islamabad oder Neu-Delhi gestellt werden. Das führt verständlicherweise zu vielen Problemen, denn so einfach ist es nicht, dort hinzukommen. Deshalb ist unser Wunsch, dass dies nicht nur in diesen beiden Botschaften, sondern auch in den Botschaften anderer Nachbarstaaten möglich sein wird. Wir hoffen, dass dies im Auswärtigen Amt auf offene Ohren stößt. Wir machen diese Arbeit des Suchdienstes nicht nur mit nationaler Arbeit, sondern es funktioniert nur und ist nur dann erfolgreich, wenn wir es auch verbinden mit den Kenntnissen, den Erkenntnissen und der Arbeit des Internationalen Komitees der Rotkreuz- und Rot-Halbmond-Bewegung. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass wir als Zeichen dieser Zusammenarbeit und des internationalen Netzwerks, in das wir vom Deutschen Roten Kreuz mit eingebunden sind, ein weltweites Netzwerk, das wir auch in diesem Jahr wieder Herrn Schüpp vom IKRK bei uns haben, der uns sicher auch über die Situation in Afghanistan, wo das Internationale Komitee mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten ist, berichten kann. Zunächst einmal herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ja, Dankeschön. Frau Zivoki. Vielen Dank, Herr Dr. Schütz. Sehr geehrte Damen und Herren, Es gibt viele Gründe, weshalb Menschen in bewaffneten Konflikten vermisst werden. Sie können gezielt oder auch ungeachtet der kämpferischen Auseinandersetzung der Konfliktparteien zum Opfer fallen. Sie können gefangen genommen werden und an geheimen Orten festgehalten werden. Oder Familien werden getrennt, wenn sie sich auf die Flucht begeben, um den lebensbedrohlichen Verhältnissen aufgrund der Konflikte zu entfliehen. Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes erhält jedes Jahr Hunderte von Anfragen, die Vermisste in aktuellen Konflikten betreffen. Die Anfragen kommen zum einen von Menschen, die sich in Deutschland in Sicherheit befinden und ihre Familien auf der Flucht den Kontakt zu ihren Familien verloren haben und nicht wissen, wo sie sich aufhalten. Zum anderen kommen die Anfragen auch aus dem Ausland über unser internationales Suchdienstnetzwerk, wenn auf der Flucht getrennte Familien vermuten, dass sich Teile der Familien in Deutschland aufhalten. Bei der Suche nach vermissten Familienangehörigen von in Deutschland lebenden Flüchtlingen arbeitet der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes sehr eng mit dem internationalen Suchdienstnetzwerk der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften und natürlich mit dem zentralen Suchdienst des Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Die Rolle des zentralen Suchdienstes ist für unsere Arbeit von unschätzbarem Wert, weil nur das internationale Komitee vom Roten Kreuz hat Zugang zu Inhaftierungsstätten, ist vertreten in vielen Regionen, Konfliktregionen der Welt und ermöglicht uns damit auch eine erfolgreiche Suche und auch eine Familienzusammenführung. Ich möchte jetzt ganz kurz auf die Besonderheiten der Suche in Syrien. Frau Hasselfeld erwähnte vorhin, dass der Schwerpunkt unserer heutigen Pressekonferenz der zehnjährige Syrien-Konflikt ist. Aber ich würde auch ganz gerne vor dem Hintergrund des aktuellen Konfliktes und der aktuellen tragischen Situation in Afghanistan auf die Besonderheiten der Suche in Afghanistan eingehen. Unsere Mitarbeiter, die Suchdienstmitarbeiter vor Ort, also sowohl vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz als auch vom afghanischen Roten Halbmond, haben große Hürden zu überwinden, um den Suchprozess zu initiieren und durchzuführen. So beginnen die Schwierigkeiten schon damit, dass es in Afghanistan nicht üblich ist, Angaben zum Geburtsort oder zum Geburtsdatum der Menschen zu erfassen. Dann gibt es eine besondere Schwierigkeit bei der Suche nach Frauen. Bei Frauen werden keine Nachnamen erfasst. Das heißt, wenn wir in Deutschland überhaupt eine Suchanfrage initiieren wollen, müssen wir ein männliches Familienmitglied benennen, nachdem dann zuerst gesucht wird, um Frauen in Afghanistan zu suchen. Dann ist die Situation in Afghanistan nicht nur seit einigen Wochen, sondern seit vielen Jahrzehnten sehr schwierig angespannt. Es gibt umkämpfte Regionen und das hat zufolge, dass unsere Mitarbeiter des internationalen Suchdienstnetzwerks sich großen Gefahren aussetzen, wenn sie in Regionen suchen, die umkämpft sind. Deshalb müssen manchmal die Suchaktivitäten über mehrere Monate ruhen, damit die Mitarbeiter wieder in die Dörfer und Ortschaften reinkommen, wo die Vermissten vermutet werden. Und es kommt noch erschwerend in Afghanistan hinzu, dass sehr viele Menschen vor den Kampfhandlungen fliehen. Das heißt, sie fliehen innerhalb des Landes und auch außerhalb von Afghanistan, gehen nach Pakistan, Iran in die andere Regionen. Und wenn wir dann auf der Suche sind nach dem Vermissten, kann sich natürlich herausstellen, dass an dem letzten Wohnort des Vermissten dieser nicht mehr anzutreffen ist. Dann müssen unsere Mitarbeiter an die Dorfvorsteher, an die Imame, an die Nachbarn sich wenden, um so weitere Nachforschungen einzuholen. Wir müssen abhängig von der Situation im Land unterschiedliche Suchmethoden und Suchinstrumente anwenden. Und so haben wir einen großen Erfolg in Afghanistan mit unserer online basierten Fotosuche Trace the Face. Etwas anders stellt sich die Situation in Syrien dar. Dort haben wir sehr viele Inhaftierungsfälle zu verzeichnen. In Syrien kommt es darauf an, dass das IKRK und der syrische Halbmond Zugang zu den Unterlagen der Behörden vor Ort bekommen. Dass das IKRK Zugang zu allen Hafteinrichtungen bekommt, auch zu Unterlagen über Inhaftierte. Und schließlich ist es für unsere Arbeit wichtig, dass mögliche Massengräber identifiziert werden und das internationale Suchdienstnetzwerk Zugang zu diesen bekommt. Das sind die Hürden der Suche am Beispiel der beiden Länder. Und oft, der Suchdienst kann natürlich in vielen Fällen Hilfe leisten, aber oft kommt die erlösende Antwort erst nach Jahren oder gar Jahrzehnten der Suche. Diese Erfahrung haben wir auch gemacht bei den Vermissen der Balkankriege, wo wir erst 20, 30 Jahre nach Ende des Konfliktes Schicksale der Vermissten klären können. Und wir machen diese Erfahrung auch mit den Vermissen des Zweiten Weltkriegs. Wir klären heute noch 76 Jahre nach Kriegsende Schicksale der Vermissen des Zweiten Weltkriegs. Für die Familien ist diese jahrzehntelange oder jahrelange Wartezeit auf die erlösende Nachricht sehr schwer zu ertragen. Und sie werden heute die Gelegenheit haben, nach der Pressekonferenz mit einer Familie zu sprechen, die wir heute hier eingeladen haben. Das ist die Familie Amor, die aus Syrien geflohen ist und heute noch nach ihren Familienangehörigen in Syrien und weiteren Familienangehörigen, die auf der Flucht in die Türkei verloren gegangen sind, sucht. Das führt Ihnen auch vor Augen, wie langwierig die Suche sein kann. Und jetzt können Sie sich vielleicht auch besser vorstellen, warum das so ist, aufgrund der vielen Hürden, die diese Suchprozesse mit sich bringen. Für die Familien ist es, für die getrennten Familien ist es sehr wichtig zu erfahren, wo sich ihre Angehörigen befinden und wenn sie noch am Leben sind, wo sie sich aufhalten und wie es ihnen geht. Soweit Sie den Aufenthaltsort der getrennten Familienangehörigen erfahren haben, richtet sich ihr drängendstes Bedürfnis, wieder als Familie zusammenleben zu dürfen. Und hier unterstützt der Diäcker Suchdienst auch die getrennten Familien in den langwierigen Verfahren der Familienzusammenführung, indem er die Familien über die rechtlichen Voraussetzungen einer Familienzusammenführung berät, indem er sie unterstützt bei den langen Verfahren bei den deutschen Behörden und deutschen Auslandsvertretungen. Aber der Diäcker Suchdienst bankt auch und hofft mit den Familien zusammen auf einen positiven Ausgang des Verfahrens. Und das zeigt Ihnen das Beispiel der Familie Mugbel, die eine sechsjährige Odyssee durchlebt hat, bis sie in Deutschland vor kurzem zusammengeführt wurde. Sie haben also die Gelegenheit, auch auf diese Familie zuzugehen und sie zu ihren persönlichen Erfahrungen und zu ihrem Schicksal zu befragen. Gut, Dankeschön, Frau Tjewoki. Okay, danke. Vielen Dank. Dann Martin Schüb vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Sehr geehrte Damen und Herren, erst mal einen herzlichen Dank an das DHK, an Präsidentin Hasselfeld für die Organisation, diese Pressekonferenz zum wichtigen Thema der Vermissten und auch für die Einladung, um die internationale Seite dieser Suche zu präsentieren. Die vergangenen 18 Monate der weltweiten Pandemie haben uns auf eine bedrückende Weise erfahren lassen, wie es ist, wenn man Familie und Freunde vermisst. Das ist jedoch eine tägliche Realität für Hunderttausende weltweit. Und dieses quälende Warten nimmt kein Ende. Das internationale Suchdienstnetzwerk der Rotkreuz- und Roth-Halbmond-Bewegung hat weltweit über 210.000 Personen als vermisst registriert, die durch Konflikte, Gewalt, Flucht und Vertreibung und Naturkatastrophen von ihren Familien getrennt wurden oder verschollen sind. Leider ist diese beeindruckende Zahl von über 210.000 nur die Spitze des Eisbergs. Heute möchte ich auf drei Aspekte dieser globalen humanitären Tragödie eingehen. Erstens die schrecklichen Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Zweitens, was getan werden kann und sollte, um sie zu unterstützen. Und drittens, welche Rolle die Rotkreuz- und Roth-Halbmond-Bewegung dabei spielt. Wir sehen in unserer Arbeit täglich, wie verheerend die Auswirkungen des Verschwindens eines Menschen auf die Familien, die Gemeinden und die ganze Gesellschaft sind. Für die Familien vom Vermissten ist das Nichtwissen unerträglich. Sie leben in einem ständigen Unwissen. Sie sind unfähig zu trauern. Sie schwanken zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Neben dem furchtbaren Schmerz, der über die Jahre nur noch zunimmt, wird die psychische und physische Gesundheit der Familien auch in Mitleidenschaft gezogen. Und häufig sind sie auch mit zahlreichen bürokratischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Pandemie und all die Einschränkungen und wirtschaftlichen Herausforderungen haben die Situation für Familien nur noch schwieriger gemacht. Manchmal, wie Sie auch schon erwähnt haben, kann die Klärung eines Falles Jahre oder Jahrzehnte dauern. Aber die Familien geben die Suche nie auf und haben das Bedürfnis und das Recht zu erfahren, was mit ihren Angehörigen geschehen ist. Also was sollte getan werden, um die Familien dabei zu unterstützen? Zum einen brauchen die Familien eine kontinuierliche und verstärkte Anstrengung in der Suche nach ihren Angehörigen, um Antworten zu erhalten. Dazu gehört die Stärkung der nationalen Rahmenbedingungen überall auf der Welt für vermisste Personen und die Verbesserung der Sammlung und Verarbeitung von Informationen. Wichtig ist es auch, dass Behörden die Familien unterstützen, auf ihre Bedürfnisse eingehen, ihnen zuhören, Informationen weiterleiten. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Vermisste während eines Konfliktes durch das internationale humanitäre Völkerrecht und zu jeder Zeit durch die internationalen Menschenrechtsnormen geschützt sind. Staaten und Parteien sind verpflichtet zu verhindern, dass Menschen verschwinden und müssen für diejenigen, die verschwunden sind, Rechenschaft ablegen und auf die Bedürfnisse ihrer Familien eingehen. In Gesellschaften, die durch jahrelange Gewalt gespalten sind, wie zum Beispiel in Syrien, wo mindestens zehntausende Menschen vermisst werden, ist und bleibt die Frage der Vermissten ein zentraler und entscheidender Baustein zur Versöhnung. Die Frage der Vermissten muss daher auch in erster Linie in humanitärer Natur sein und darf nicht ein Teil einer politischen Agenda werden. Schließlich müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um diese vermeidbaren Tragödien erstmal zu verhindern. Um zu verhindern, dass Familien getrennt werden und um ihnen zu helfen, den Kontakt aufrechtzuhalten, falls dies doch geschieht. Das internationale Suchdienstnetzwerk des Rotkreuzes und des Roten Halbmundesvereins 192 nationalen Gesellschaften, deren Föderation und das internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKK, in dieser wichtigen Arbeit. Dank diesem einzigartigen weltweiten Netzwerk arbeiten wir über Grenzen hinweg, über Frontlinien hinweg, um Familien und Behörden bei der Suche nach Vermissten zu helfen und Familien wieder zusammenzubringen oder Angehörige von Vermissten zu unterstützen. Diese Arbeit hat eine lange Geschichte, die ihren Anfang auch hier nahm. Das erste IKK-Suchtbüro wurde 1870 während des deutsch-französischen Krieges eingerichtet. Seit über 150 Jahren hilft also der zentrale Suchdienst, Familien in Kontakt zu bleiben, einander zu finden, das Schicksal vermisster Angehörigen zu erfahren oder die Abwesenheit eines geliebten Menschen zu bewältigen. Jedes Jahr finden Menschen vermisste Angehörige. Sie erfahren etwas über das Schicksal eines Familienmitglieds. Allein im letzten Jahr konnten fast 9500 Personen gefunden werden, die von ihren Familien als vermisst gemeldet worden waren. Das sind durchschnittlich 26 Personen pro Tag oder mehr als eine Person pro Stunde. Ein einzelner gelöster Fall kann zwar wie ein Tropfen auf einen heißen Stein erscheinen, aber jeder gelöste Fall bedeutet für eine Familie die ganze Welt. Wir wissen aber auch, dass mit jedem Konflikt mehr Menschen getrennt werden und mehr Menschen vermisst werden. In Afghanistan, wo wir, wie Frau Hasselfeld da auch schon erwähnt hat, seit langer Zeit eine grosse Operation unterhalten und weiterhin mit über 1800 Angestellten vor Ort tätig sind. In Afghanistan haben wir auch während der jüngsten Kampfhandlungen die Evakuierung von Verletzten und die Bergung von Toten fortgesetzt. Wir bemühen uns auch weiterhin, die Bedürfnisse von Familien zu ermitteln und die Anzahl der getrennten afghanischen Familien zu erfassen. Diese Zahl könnte, wie Sie auch erwähnt haben, in den kommenden Wochen weiter steigen. Familien im Ausland könnten Schwierigkeiten haben, den Kontakt zu ihren Angehörigen in Afghanistan aufrechtzuerhalten. Das ist umso wichtiger, weil wir immer wieder feststellen, dass Menschen, die in einer Krise als erstes den Kontakt zu ihren Angehörigen wiederherstellen wollen und darum setzen wir auch zusammen mit den Partnern rund um die Welt viel Energie in dieses Unterfangen. An diesem internationalen Tag der Verschwundenen, am 30. August, wollen wir den Familien der Vermissten aber auch sagen, dass ihre Angehörigen nicht vergessen sind. Sie sind nicht allein. Und dass wir die Staaten weiterhin unterstützen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Familien Antworten zu geben und das Recht der Familien auf Information zu wahren. Herzlichen Dank. Ja, Dankeschön, Martin Schüb. So, jetzt können Sie gerne, dürfen Sie gerne Ihre Fragen stellen. Wer möchte übergeben? Ja, bitteschön. Hier, meine Kollegin hat ein Mikrofon. Danke. Ich bin Anushka Eckert von der Jungen Welt und ich möchte Frau Hasselfeld fragen, wie es aussieht, wenn, oder Frau Zivoki, wie es aussieht, wenn eine Familie dann gefunden wurde, wie läuft das dann mit dem sogenannten Familiennachzug? Birgt das dann auch weiterhin Probleme? Frau Zivoki, das können Sie am besten beantworten, denke ich. Ja, also der Familiennachzug kann sehr, sehr lange dauern, weil die Familien einen Antrag auf Familiennachzug bei den Botschaften, deutschen Botschaften, vor Ort stellen müssen. Und sie müssen dort persönlich erscheinen. Und das ist nicht immer einfach aufgrund der Kampfhandlung, je nachdem, von welcher Region wir sprechen. Und dieses Verfahren kann oft über Jahre dauern. Und das kann uns am besten die Familie Mokbel erklären, an ihrem eigenen Fall, der sechs Jahre dauerte, weil verschiedene Hürden dann noch entstehen können, die zu überwinden sind. Und was wünschen Sie sich von der Bundesregierung? Das hat bereits Frau Hasselfeld erwähnt, dass die deutschen Botschaften in Islamabad und Neu-Delhi entlastet werden, weil dort dauern die Verfahren auf die Erteilung des Visa sehr lange. Und die Menschen werden sicherlich in die Anrainerstaaten fliehen. Und wir hoffen sehr, dass auch dort die deutschen Botschaften dann die Anträge auf Familiennachzug entgegennehmen werden. Herr Reuter dazu. Ja, da würde ich natürlich gerne auch noch was zu sagen wollen. Also aus unserer Sichtweise ist das ganz einfach zu beantworten. Das ist ein humanitäres Recht. Und ich glaube, wir alle aus eigener Erfahrung wissen, und wir haben das ja in der Covid-Pandemie auch kennengelernt, wie wichtig das ist, Kontakte, das Zusammenhalten von Familien. Und natürlich, wenn Sie sich das vorstellen, die aktuelle Situation in Afghanistan, Sie bewegen sich, auch wenn Sie können innerhalb von Afghanistan, nicht einfach mal so losgelöst von den kämpferischen Handlungen. Und dann ist es auch keine einfache Angelegenheit, eben für einen Afghanen aus Afghanistan heraus mal nach Islamabad oder in eine andere Botschaft hinzukommen. Also ist unser dringender Appell, dass die Bundesregierung unter Berücksichtigung humanitärer Aspekte natürlich eine deutliche Erleichterung, und eine deutliche Erleichterung heißt, einen deutlich leichteren, unbürokratischeren Zugang für Familienangehörige und für Flüchtlinge, die zu ihren Familien wollen, sicherstellen. Und das fängt ganz banal davon an, dass es mehr Mitarbeitende in Visa-Abteilungen geben muss und dass es mehr Botschaften mit deren Visa-Abteilungen geben muss, wo Flüchtlinge eine Chance haben, ihre Familienzusammenführung sicherzustellen. Ja, Dankeschön. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich den offiziellen Teil beenden. Und wie gesagt, alle Teilnehmer hier auf dem Podium und auch die Familien stehen für Gespräche und Interviews zur Verfügung. Kommen Sie gerne auf mich zu. Dankeschön. Vielen Dank.